Das sind nur die Ausgewählten. Nur die Ausgewählten? Nein, das ist glaube ich bestimmt wegen, wenn man Twitch Prime hat. Verdammt, ey. Ihr kleinen Twitch Prime Sucker. Scheiße, mein Arsch, joh. Ich weiß... Aha, okay. Wischkombin. Du weißt, wie ich heiße. Das freut mich wirklich. Ich heiße, Twitch Prime. Ich finde, Twitch Prime ist ganz cool. Gerade auch, weil sich das mit Amazon Prime verbinden lässt. Ich werde mir das wahrscheinlich auch holen, weil ich bestelle richtig viel über Amazon, Leute. Okay, die Frage. Dora, ein Schild oder ein Amplifying Tone? Ist beides eigentlich nicht bad hier. Ich mach mal Amplifying Tone. Boah, da kann ich mir früher den Hextech Scheiß kaufen. Bestellst du dir auch einen Boost bei Amazon? Nein, nur bei Ebay. Da kann ich die Leute wenigstens scammen. Ich kenne mal, was Twitch Prime ist. Digga, sehe ich aus, als würde ich bei Twitch arbeiten und hätte ein Essay über Twitch Prime geschrieben, oder was? Leute, es gibt hier irgendwo... Es gibt hier irgendwo die Funktion, da macht Twitch Werbung für Twitch Prime und dann klickt ihr da drauf und dann steht da ein super toller Dex. Dann steht da Twitch Prime ist very good. Hablo espanol. E-Peringa Top spiele ich nur, weil ich es gestern einem versprochen habe. Der wollte unbedingt E-Peringa Top ändern. Es gibt W-Level 1, lol. Was ist denn ein Boosted Animal? Was ist Twitch Prime? Twitch Prime ist, wenn du deinen Penis nimmst, in die Hand, ihn mit Kacke einreibst und ihn danach in deinen Hund reinsteckst. Das ist Twitch Prime. What the fuck? Kannst du mal Dave grüßen? Dave, wie soll ich grüßen? Von Al-Al-Foron, nee. Al-Fier-Foron. Ich glaube, der Malve weiß nicht, wer ich bin, oder? Er weiß nicht, dass ich Fakers auserwählter Sohn bin. Fakers verschwundener Sohn. Nur mit größerem Penis. Warte, will ich ihn überhaupt einpushen? Will ich überhaupt dieses Ziers verpassen? Ich weiß das nicht, Leute. Ich weiß genau, was er vorhat. Oh, er hat gar nichts vor. Lol, er ist pustet. Leute, seht ihr, wie ich sein Schild mit meinem W ankratze? Er sollt mich denken, er kann ja noch Sylvester Stallone machen. So. Okay, warte. Sein Grasp ist an. Oh, er outtradet mich. Senpai. Er tut es wirklich. Ah, ich hab mich nicht getroffen. Unlucky. Oh, dieser Damage. Insane. Lol, er spielt mit Ruby Crystal. Das ist eigentlich schon voll eine Beleidigung für mich. Irgendwas gefällt mir grad gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin ja nicht alleine. Okay. Oh mein Gott. Oh, Senpai. Oh, li, 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 li. Oh, 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 oh. Ich bin nicht der, für den du mich hältst, Compadre. Okay, warte. Wie sieht die Wave aus? Die pusht in die falsche... Wir haben deine Accounts gefunden, ne? Hier, von mir, ich bin reingestiegen. Quatsch. Was? Er hat den Namen deines Accounts gesagt. Quatsch. Klaust du mir nicht? Kann ich TP'n? Ich bin so ein Springer, wie er was geschafft hat. Manchmal wünsche ich... Warte mal, wieso habe ich keine Watt gekauft? Ja. Okay. Oh, warte, ich outfarm ihn ja. LOL. Der, der Mensch. Ja, er dachte, ich so, uh, ist das AD-Range. Aber ich so, nein. Er spielt Full-AP. Was? Gibt es echt AP-Range? Ja. Ja. Er spielt die Zauber-Ketten? Ey, Kragas! Der ist so... Äh, ich ga. Ich recall einfach. Ich recall einfach. Leute. Was gibt es besser als eine Katze mit einem Messer in der Hand, die dann auf einmal einen Hut aufhört? Zwei Hüte. So, einmal dit, einmal dit und what's an overrated? Deathfire Grass first item, let's go, ey. Deathfire Grass war so ein geiles Item damals. Es war aber zu scheiße broken. Weil Riot wollte ja Champions damit ein bisschen mehr Burst geben. Also Champions, die kann Burst haben. Und dann haben sich einfach die Champions, die Burst hatten sich den Scheiß gekauft und haben, naja, noch härter reingeburstet. Ey, warte mal. Wenn der jetzt... Wieso fängt er mit dem Scheiß an? Wusstet er, dass ich AP bin? Oh, Minion. Minion. Oh, Minion! Oh, Trader, bitch. Oh, oh, oh! Oh, where you at, bro? Oh! Oh! Ja, du tötest dich nur, Leute. Du tötest mich damit. Ich hab's aber nicht gemacht. Das sagt man nur nicht. Nein. Where you at, bro? Where you at? Oh, Senpai! Fick mich nicht! Nicht schon wieder! Oh, nicht so! Freddy, boss bauen! Okay, passt auf, Leute. Passt auf, passt auf, passt auf. Wave clear! Wave clear this! Holy shit! Wie viel damage ich hier hab! Okay, okay, okay. Passt auf, Leute. War das Gunblade oder Protobelt? Protobelt, I guess? Ah, warte. Da krieg ich doch ein Zauberbuch mit rein. Weißt du? Das ist das Ding, ne? Ich bin ja... Leute, ihr kennt mich ja. Man nennt mich auch Pussyhunters. Senor. Pussyhunter. Pussyhunter. Wie jagst du mit Zaubern? Gegen Einstein. Mal für Einstein. Okay, der war ziemlich scheiße. Aber egal. Ich hab keine Ahnung wie, aber ich zerfick den ganz ziemlich gut. Muss aufpassen, der hat noch Ulti dabei. Lass mich doch in den scheiß Gebüsch! Oh mein Gott, ey. Oh, Senpai! So viel Bust! Und nicht nur so. Ich hab selbst keine Ahnung, woher der herkommt. Aber Donnie. Du hast deine Familie verraten. Und die sind gut aussehenden Rengar-Spieler. Was macht der? Donnie! Du hast dich gegen deine eigene Familie gewonnen. Und jetzt kriegst du den EP-Rengar. Ich meine... Miau? Fuck, ich brauch noch Gold für Proto-Bild. Oh mein Gott, Leute! Ich rieche den Triple Kill! Was war das für ein Damage? Oh, ich komm nicht drauf klar. Ich bin tiltet von mir selbst. Äh... 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 Lich... Bain... Boots... Ja, Boots. Boots, Boots, Boots. Bring ja Bordschuhe. Nein! Oh! 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 Proto-Bild! Oh! Danke Gott, dass du Items wie Proto-Bild entwickelt hast. Immer wenn ich das Last-Sitten verkacke, erhörst du meine Gebete und gibst mir Proto-Bild. Was ist besser, AP oder AD-Rengar? Ich bin mir gerade selbst nicht mal sicher. Ah, Leute! Macht der Valve da unten? Äh... Ja, ich brusche einen, ne? Dieser Valve-Clear. Insane. Heißt das teilweise, ich finde ich, Pedobelt? Wow! Ah ja, geht das mal schneller? Hallo, Tower! Na, hopp, hopp! Bei der Macht des Proto-Bilds! Ähm... 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 Ja... Ja, das sieht richtig aus. Oh, das ist ja auch das Rengar-Rework. Auf jeden Fall. Auf je... Der... Oh, Leute, riecht ihr das? Das riecht nach Free Quadra. Ich hab's... Oh! 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 Ich hab keine Ahnung, was passiert. Ich bin fucking godlike. Leute, ich bin... Was, Kragas? Was ist mit mir? Ich mach hier die Plays. Ihr kleinen Lümmel, ne? Ihr kleinen, dummen Lümmel. Ah, äh, ich hab Protobild nicht gewastet. Äh. Äh, Maske? Maske. Ja, genau, Maske. Maske ist eine gute Seite. Fast ein Quarter fehlt nur noch 3 Kills. Das war knapp. Wow, danke. Okay, Boys. Ich, äh, ich hab Ulti erst in einer Minute. Äh, ähm. Wie fight ich jetzt? Ich glaub, ich geh erstmal hin. Hingehen ist schon mal ein guter Anfang. Ja, jetzt bin ich gleich da. Oh, oh! Ich dachte, ich treff ihn mit dem E. Aber dein Protobild hat ja auch der Bitch. Ich bin sowas von on tilt. Okay. Okay, okay, okay. Ähm. Äh. Kann ich jetzt one shotten? Ähm. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier und ich bin auch nicht Ringer. Oh, Silien. Ich bin nicht hier. Oh, oh! So, Racker. Mach nix Falsches. Oh, 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 oh. Wave clear. Oh, oh, oh. Okay, Leute, passt auf. Ich bin noch nicht dran. Oh, Leute. Jetzt passt auf, wie ich sie in der Raum one-shotten werde. Oh, nein. Sie ist Faker. Scheiße, sie weiß. Ah, da gehe ich nicht hin. Die recallt da oben im Gebüsch. Okay, passt auf. Passt auf. Passt auf. Passt auf. Passt auf. Passt auf, Leute. Was mache ich? Ich glaube, ich bleibe hier erst mal stehen. Stehen bleibt mir schon mal gut. Ich bin nicht hier. Das war, glaube ich, sogar nur ein Weh. Ähm... Ich pushe, glaube ich. Und dann töte ich mit Ulti. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Das mache ich. Das hört sich doch nach dem Plan an. Okay. Let's go, Boys. Oh, hier ist der Pink. Und okay. Okay. Ähm... Ich move da hin. Ähm... Ja, ich move hin. Das ist schon mal ein guter Anfang. Drück auf Ulti. Ja, Ulti. Ulti ist ganz gut. Ich kriege... Wieso kriege ich nur ein Weh raus? Äh... Okay, okay. Ich move hier hin. Oh! 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 Äh... Oh! Oh! Der Gragas! Der Gragas! Er ist gut! Er ist gut! Ähm... Mal gucken. Ist Ezreal hier drin? Hallo, Ezreal? Drache, töte ihn! Drache, erwache! Ähm... Ich habe keine Ahnung, was ich gerade in dem ganzen verfickten Spiel... Ich habe keinen Ludens! Ich brauche Ludens! Okay, 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 okay. Wer kommt denn? Ach, ja, stimmt. Okay, ich fahre mir noch Ludens zusammen. Da habe ich noch mehr Damage. Sie kennen zu Mimi, wenn er was jetzt von dem... Äh... Ich kenne ihn, ich habe einige seiner Videos gesehen. Sie sind ziemlich lustig. Alter. Das sah ja mal komisch aus. Okay. Damage ist... Ja, normal ist Damage besser als Schaden. Sonst würde ich es mir ja nicht kaufen, ne? Und ich bin ja AP Rengar One Trick. Ich muss aber sagen, ich habe ein übelst leichtes Matchup bekommen. Du brauchst CDR und Lich Bane. Äh... Stimmt, Lich Bane ist glaube ich nicht mal so weit. Ich... Mh... Das Ding mit Lich Bane ist... Okay, ist das geil. Es gibt CDR, ne? Das ist schön. Aber ich habe nicht so viel AP, um Nutzen da rauszuziehen. Deswegen glaube ich, dass diese... Das Haunting Guys hier besser ist. Mit der Pen generell. Weil ich damit den Damage von der Protobel booste und den vom Ludens. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ne? Ich... First time jetzt AP Rengar. Spring mit 4 Stacks, dann hast du keinen Delay. Ey, das hört sich gut an. Wow, ist das so... Als wärst du der Rengarmeen. Warte mal, ich habe 12 Kills? Ich... Fällt mir das jetzt auf? Ah, Wölfe? Wölfe! Er hat die Wölfe getötet, du Schwein! Der Stick zusammen, Stick zusammen! Oh, ich habe... Ja, ich habe beide eigentlich quasi gewonshotet. Hätte sie nicht ihr Auerglas gezogen. AP Rengar! Fuck, ey! Das ist übelst behindert. Oh, meine... Meine Bohnheit schlägt das auch. Du hattest schon mal AP Rengar... Wie oft spiele ich bitte AP Rengar? Einmal im Jahr vielleicht. Und als ob ich mir dann noch die hidden... Rengar... AP Rengar Techniken merke. Oh, Ixos! Du Schlingel! Oh, thank God! GG! GG! Ja, Leute, ne? Das war... AP Rengar. Oh, nee, oder?